Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars und meine Maus geht nicht So, jetzt geht sie wieder 4 Minuten 22 Ich glaube wir werden nie wieder irgendeinen Rekord schaffen Ja, wir sind Oh, grün ist alleine, okay, wir sind Team Gelb Okay Alright, okay Wir bauen schon mal das Bett ein Grob Zack Dann werde ich mir jetzt einen guten Spitzack gemacht Dann werde ich mir erst sagen ein Knockback-Stick Ne, Bogen wollte ich ganz bestimmt nicht sagen Ohne Gold geht das ja Schlesch Und zack, paar Blöcke, so ich habe übern Stack Blöcke, wir schaffen es auf jeden Fall Du bist ja schon in der Mitte Naja, ich komme nicht zurück mehr Ja, ich habe Blöcke genug, ich habe Blöcke genug, komm mit Zu Blau direkt Ja, wie soll ich denn zu Blau kommen? Rüber gehen Ich kann nicht rüber Ich habe keine Blöcke Okay, ich habe Blau Und Rot Ich werde Blau haben Oh, die haben schon das komplette Bett eingebaut Ja, ja, doch Tschüss Oh Gott, da hat einen Bogen, okay Alright, okay, dann komm mal rüber Komm mal rüber, Junge Oh, scheiße, Shrek geht nicht mehr Rot kommt Habe ich schon, Junge Okay, schieß mich ruhig runter, ist mir egal Na, okay, egal Egal, ich habe ein Bett schon Ja, das ging sehr schnell mit dem Bett Der hat halt zum Eisen gebaut, der andere war Äh, habe ich runter geschubst und dann Ja, war es das schon, ne? War easy eigentlich Bei unserem Eisen Gut Nur eins Das Schwertchen Hast du, äh, Gold? Nein Wie denn auch? Ja, hätte es sein können, dass du in der Zeit schon mal da warst? Ja, habe ich gesammelt, aber da kamen zwei Stück mit einer Spitzhack und ich hatte halt nichts So, dann gehen wir hier in die Mitte Ja, ist mir egal, ich gehe nur in die Mitte Die sind nur in die Mitte, genau, da brauchst du das Schwert doch, ey Hier ist ja gar keiner Rot ist jetzt noch da, Blau, der eine ist noch da und Grün, der eine Wahrscheinlich nicht so fett, der mich anschließt Er kommt Okay, er wird jetzt irgendwie so doof bauen Er wird von oben rüber bauen zu uns Ich renne schon mal So, kannst du mal nach hinten gucken Ja, okay, er baut sich auf jeden Fall Dann mach ich mal direkt einen Bogen Ich geh mal zu Grün Der Rote kommt Ich geh zu Grün Jetzt runter Das war jetzt nicht so schlau von dir, Rot Oh, der hat einen Bogen, aber Wer? Die Grüne Nein, ich hab die Frass gehabt, mein Gott Ich brauch mal was zu essen So knapp war das Oh, hier schießt jemand rüber Wer schießt hier rüber? Grün wahrscheinlich Der hat auf jeden Fall einen Bogen Nee, Blau, Blau ist in der Mitte Dann geben wir noch mal in die Mitte Ich zieht direkt gerade, ne? Ich weiß nicht warum Mach ich da kaum was klicken Das ist mir der Launch Komm wohl des Todes und ich bin tot Dann machen wir uns doch mal direkt nochmal einen Backstick Und das hier Und dann machen wir uns schnell eine Rüstung Und ein paar Blöcke Und dann gehen wir rüber in die Mitte Nee, gehen wir nicht Wir gehen erst mal zum Eisen Und tun uns nochmal ein Schwert Das uns noch nicht leisten kann Grün ist übrigens in der Mitte Schön Ich weiß nicht, ob der einen Bogen hat Ich glaube Doch, hat der Der hat einen Bogen Der hat mich ja eben runtergeschossen damit Also nicht, ich bin rüber gekommen Aber Hab den nicht töten können Ich auch nicht Und ich hatte ein Schwert Ich auch Ich brauch noch eine Eisen Grün haut ab Dann geh ich jetzt rein Nee, geh ich nicht Ich hab keine Rüstung Ich bin wenigstens eine Dreierrüstung Komm, noch drei, ein Gold Rot ist in der Mitte Wir brauchen, warte, wir haben Wir sind gelb Grün ist einer Und Ja, wir sollten rot machen Oh, ich hab den getroffen Den roten, oder was? Ja Ja, okay, dann geh in die Mitte Ich mach mal eine kurze Rüstung Blauer kommt auch Ich hab einen anderen in die Mitte Ja, ich weiß, aber Versuch trotzdem Ich komm jetzt direkt Der Grüne ist da Ich bin da Ich brauch nur Essen, aber egal Rot kommt drüber Rot ist down Ach du, hinter dir kommt einer Ja, ja Ich bin da Ich hab viel Gold Ich speichere es erstmal Okay Dann komm ich wieder in die Mitte direkt Er soll mal kommen So, schon wieder Ich speichere das Warum soll ich speichern, eigentlich? Ähm Ja, Mann, wer trifft mich denn? Ja, der hier gegenüber Hast du gute Sachen? Ich hab Gold in der Hand Ja, ich hab auch Gold Warte, hier, nimm das Äh, ein Roter ist hinter uns Ich werde jetzt sterben Er läuft zu unserer Beiste Er sterbt schnell Äh, hier ist einer Schließ da runter Der ist direkt vor dir Ich hab kein Gold, Mann Schließ da runter, hab ich gesagt Ich hab ne Gold, ey Ich hab ne Gold Wer wusste? So, wir haben schon mal 8 Gold Ja, ich brauch nen Bogen Ja, ist doch da So, dann machen wir uns ne Spitzhacke Wieder was an Rüstung Soll ich alles wieder neu holen Wie viel hast du? Was? Silber Acht Näckig bin Grünner Auf jeden Fall direkt Ja Ist ja noch immer ne Mütze Ich sehe da niemanden Ich geh doch einfach hin Ich hab nen Bogen Ich tu den Ich will den nicht weg Wir haben genug Gold Ich Lass wieder Jemand in der Mitte Rot Ist direkt mal jetzt hinter Rot kommt in die Mitte Ich komm auch Rot ist weg Ja, aber der andere lebt noch Und der kann sich nen Bogen leisten Lass mal zu Rot rüber gehen Ich hab keine Blöcke Ich aber Wir werden aber vom Grün abgeschossen Das ist doch dumm, Alter Komm rüber Ich bin doch da Nein Mit dem Bogen Der hat nicht mehr viel Ich hab den dreimal Ich hab den Hab den Hab den Ich bin direkt mit der Spitzhacke noch Da kommt ein Grüner von uns Ja, wahrscheinlich hat der Eis nicht mehr Wo hat der das her, Alter? Michelle Wo ist die Kuhn? Wo hat der Eis nicht mehr? Der war nur einmal in der Mitte Wir waren die ganze Zeit ja in der Mitte Ich würd sterben Ja, dann bring dich mit um Ja, ich hab den runter Ist echt nett, dass du mir hilfst Du bist vernichtet Nee, doch nicht Ich bin tot Warum kommst du denn nicht wieder? Du hättest ja direkt wieder rüber laufen können Das ist der Bescheuert Der ist jetzt erst gerade gestorben Ja und? Ja, ich musste den erstmal runterschlagen Der hat einen Bogen gehabt und alles Voll schlimm Ja, natürlich Das hätte ja unser Bett abgebaut Ach, Quatsch Der stand vorm Bett Ja, toll Ich hab schon bei Rot fast alles abgebaut Ja, und? So, 8 Gold Ich glaub ich unser Bett abbauen lasse Blau ist raus, okay Grün Ich könnte ja mal zu Ah, grün ist gelieft Aber ich hol mir das Bett trotzdem Vielleicht hat er ja Warte, vielleicht hat er Hat er noch Sachen in der Kiste Oh, ein Schwert Gut Und ne Spitzhacke So, wenn wir das Bett machen Holen wir das doch mal Für die guten Stats Ach, okay So So Wir müssen uns nochmal zeigen können, dass wir können Holen wir uns direkt noch einen Bogen Holen wir uns den guten direkt Damit sie auch Angst kriegen Für uns Ist du das in der Mitte? Nein Ich bin bei Äh Ja, in der Mitte ist Rot Ich treff wirklich nie, was mit dem Bogen in dieser Entfernung hier ist Ah Du hast einen Roter gekriegt Mhm Aber den anderen nicht Den anderen Roten Und es gibt dann auch kein Essen Ich fand nicht mal Rage Ja, ich komme, ich komme Ich bin da Ich habe da irgendjemanden getroffen Ich weiß nur, ich will Oh, ich habe einen getötet Ich töte da die ganze Zeit jemanden Aber ich weiß halt nicht wen Magst du mal durchlaufen? Ich mache mir mal eben ein Eisenschwert Halt die mal so lange auf Ich habe noch eh kein Essen Ich bin alle tot Ja, ist mir egal Ich muss erstmal schnell ein Schwert machen Oder Wofür, Mann? Ja, ein bisschen Essen Und ich kann nicht rechnen Ich habe nicht so viele Herzen Ich hoffe, man hört meine Maus nicht so laut Ich hoffe doch Ich gehe mal näher Hast du die beide jetzt tot? Oder nur eine? Ja, beide Mach dir eins runtergefallen Bauen wir uns mal eben hier eine Wand hin Damit ich nicht runterfalle Ja, ist beide tot auf jeden Fall Hier, die haben da noch einen Bogen Lass mich das Bett abbauen Da ist der andere hin Ja, was soll ich? Die hauen mich Der ist in der Mitte Die hauen mich Ich kann nicht der andere Läuft in die Mitte Ich will den Tod haben Du schaffst das schon Die haben ja nichts Der läuft zu uns Ja, schön Ich weiß, dass du den überhaupt nicht treffen konntest Obwohl ich den voll gestoppt habe Ja, jetzt ist der andere noch bei uns Ach, das bist du Hier, als ob der einen Bogen hat auf einmal Hat der? Michel, der bringt mich um Ja, ich kann nichts machen Mein Gott Ich hab selber Wollt du den Bogen her, Mann? Ja, hat er hier von mitgekauft Nein! Toll, schön, dass du da warst Wieder mal Immer wieder Bist du nie da Wir haben den dann Ja, schön Trotz den Scheiß Nee, es war gar nicht so scheiße Ja Nee, GG war das nicht, aber So, liebe Leute Wenn es euch gefallen hat Willen wir uns natürlich über eine positive Wie lang war die Runde? Nach 12 Minuten fast Wenn es euch gefallen hat Willen wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen Macht's gut Bis morgen Tschüssi